Welcome to GRC TV. Wir sind zurück am 14. und 15. Juli beginnt der German Realty-Check in der Arsworth-Sporthalle und ich bin hier mit meiner atemberaubenden Partnerin in Crying in Lavey. Hey, what's up? Und ich bin hier mit meinem atemberaubenden Partner Nomen. Das hast du schön gesagt. Wir haben sehr viel für euch zu bieten. Wir haben einen Dunk-Contest am Start mit G. Dupree und Jonathan Clarke, der übernäuft ein 3-Point-Shootout. Eine Dance-Performance haben wir auch für euch am Start, unter anderem Black & Vicious. Ich freue mich mega und wir haben natürlich auch noch ganz viel Musik am Start. Genau, denn wir haben Sugar MNFK aus Bonn, wir haben ID Pizzle aus Belgien und wir haben Black Donnerin aus Paris. Also ihr seht, es wird ganz international, Leute. Es gibt natürlich auch eine fette After-Show-Party im Tomorrow's Club in Köln. Also Leute, kommt zahlreich, denn es wird lit, es wird krass, es wird reiß, wir werden abdänzen. Die Mädels sind da, die Jungs sind da, die Ex sind da und natürlich sind wir auch da. Wir werden in der Welt auf Norman. Wir sehen uns mal.